Neuer Shop in ganz genau 80 Hunden. Ich bin mal gespannt, was wir heute so schönes reinbekommen werden. 2, 1, 0, bitte ein guter Shop. Let's go rein da. Und, okay, 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 wir gehen direkt nach oben und meine Halsschmerzen sind immer noch da. GG's, gerne, gerne mal kommentieren. Seid ihr krank oder seid ihr nicht krank? Ich habe schon von vielen gehört, die sind krank. Gute Besserung an alle, die krank sind. Wir haben hier das Gratis-Item, ist jetzt kaufbar im Shop. 500 V-Bucks für das Backpack. Okay, als wäre es nicht gratis bekommen hat. GG's, ihr müsstet jetzt theoretisch 500 V-Bucks zahlen, bekommt halt dieses Gurken-Rick-Backpack. Ich wollte gerade Emoticon sagen. Ja, Ladebildschirm ist schon krass. Habe ich sowieso gratis gestern Nacht bekommen, also schon vor 24 Stunden. Ist cool. Sehr, sehr nicer Ladebildschirm für die, die dieses Ding hier schon davor besessen haben, bekommen den gratis. Also schaut mal in euren Spind rein. Ihr müsstet das Ganze haben. Wir haben hier Mechamote wieder zurück. Ist ein cooles Set, aber eine Sache fühle ich vor diesem Set am meisten. Nicht das Backpack, sondern die Spitzhacke. Denn umso öfter man pickaxe, umso mehr geht das Glas kaputt. Und das ist schon eine sehr, sehr wilde Spitzhacke. Synchrone Mode. Ist das Copyright? Ja, das ist Copyright. Können wir ganz, ganz kurz abspielen lassen. Ihr wisst, YouTube und Copyright, hm, ist immer so eine Sache. Äh, wo waren wir? Hier. Ist lustig. Ja, sehr lustig. Kann man zu zweit machen oder alleine, wie wir gerade gesehen haben. Lackierung ist lame. 1,5 einzeln, 800 einzeln, 500 einzeln, 500. Nichts mehr. Nächster Bereich. Waren die nicht schon vor kurzem da gewesen? Aber da das auch zu Rick and Morty gehört, ist es jetzt wieder zurückgekehrt. Ja, fühle ich jetzt nicht wirklich Spitzhacke. Cooler Sound. Und Gleiter ist wirklich nice, aber da fühle ich den Naruto-Gleiter viel, viel mehr. Kein Plan, wie der Naruto-Gleiter heißt. Dieses Sand-Ding da. Ich glaube, das ist von Naruto gewesen, oder? Naruto oder Dragon Ball? Ich bin da nicht so in der Szene drin. Ich glaube aber Dragon Ball. Weil Naruto kam als erstes rein, dann Dragon Ball ist... Ne, 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 ne. Es war hundertprozentig Dragon Ball. Dieser Dragon Ball-Sandgleiter, der ist viel besser. Fühle ich mehr. 1,5 einzeln, 800 einzeln, 800 einzeln. Ich bin gespannt, ob heute wieder was ultra seltenes im Shop ist. Oh, ich habe was gesehen. Sogar was sehr, sehr nice ist. Vielleicht kaufe ich mir das Ganze sogar, weil ich fühle das so extrem. Äh, nicht diesen Skin jetzt hier. Das fühle ich jetzt nicht so wirklich. Backpack, ja, geht so. Gleiter. Ich finde solche Gleiter irgendwie immer cool. Ich fühle den Gleiter. Auch wenn er viel zu groß ist. Spitzhacke, 10 von 10. 10 von 10. Sehr, sehr nice Sound. 1,5. 800. 800. Nichts mehr. Wir haben den ersten Weihnachts-Skin zurück. Ich müsste hier 2.000 V-Bucks zahlen. Ja, okay, komm. Heute ist ein Gönnertag. DC, Ferro, Substantä, eingeben, falls ihr euch irgendwas kauft. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Und die restlichen V-Bucks sind fürs Live-Wennen. Denkt daran, ich bin am Samstag live. 3. Dezember. Ich denke mal 18 Uhr. Und da werden wir meine ganzen restlichen V-Bucks an diesem Tag verlosen. Ja, die Skins sind nice. Ich fühle die Skins. Sind richtige OG-Skins. Also wirklich richtige OG-Skins. Die sind in Season 1 rausgekommen. Also nicht die Stile. Der hier ist Season 1. Und der Rest ist dann danach irgendwann mal reingepatcht worden. Sehr, sehr nicer Skin. Backpack fühle ich auch sehr. Sehr, sehr cool. Coole Stile. Aber die hier fühle ich mega. 10 von 10. Ich hoffe, dass die irgendwann mal dieses Weihnachten ein paar Stile dazu bekommen. Backpack 10 von 10. Spitzhacke. 10 von 10. Kann ich mich nicht beschweren. Im Mod auch 10 von 10. Also Fortnite fängt an, schon so weihnachtlich zu werden. Wir haben ja heute den 1. Dezember. 24 Tage left noch. Zu Weihnachten. Äh, ja. Baby, der Shop ist wieder echt extrem voll. Was sind da los, Epic Games? Geht heute etwa das Shop-Video wieder 8 Minuten. Oh, das war wieder ein Voice Crack. Das war wieder ein Voice Crack. Geh gerne mal ein Voice Crack kommentieren. Falls ihr bisher geguckt habt. Ja, Fischskin ist cool. Gleiter, sehr chillig. Geht aber irgendwann mal auf die Nerven. Spitzhacke. 10 von 10. Lackierung finde ich Trash. Trash. Und Trash. Ansonsten. 1, 2 einzeln. 800. 500. Bester Preis. 300. 300. 300. Wieder ein Voice Crack. Mann. Was ist denn da los? Okay, gut. Ich bin auch ein bisschen krank. Kein Wunder, dass ich so viele Voice Cracks habe. 10 von 10. Skin ist wirklich sehr, sehr schmackhaft. Hachi Watt ist wieder zurück. War einer der seltensten Shop-Skins. Jetzt natürlich nicht mehr. Zweiter Stil ist Bombe. Backpack finde ich jetzt nicht so Bombe. Aber ich finde die Farben cool. Dieses Feuerliche finde ich schon nice. Spitzhacker 10 von 10. Ja. Eindeutig. Und die zweite Variante ist schon eher eine 11 von 10. Die ist schon wild. Gleiter finde ich auch nice. Muss ich sagen. Aber da sieht man glaube ich wieder richtig, richtig wenig. Aber zweite Variante ist schon sehr heiß. Sehr, sehr heiß. 1, 5. 1, 2. 500. Bester Preis. Nichts mehr. Letzter Bereich. Oh. Au. Au. Ich glaube, ich sehe was ultra seltenes. Kann ich kurz spoilern, bevor wir uns das anschauen. Also, wenn es so selten ist, wie ich denke, dann ist es sehr selten. Und ist es selten? Ist es selten? Ist es selten? Oh shit. Oh nein. Oh nein. Epic Games. Epic Games. Was macht ihr mit den OGs? Also, ich habe euch gesagt. Ich wette, bis Ende der Season hauen die jeden Tag ein seltenes Item raus. Ich sage euch jetzt mal kurz, was für seltene Dinge wir im Shop haben. Ganz oben 17 Tage. Unspektakulär 17 Tage. Weihnachtspunnel 331 Tage. Ist ein bisschen selten, aber ist logisch. Kommt einmal im Jahr. Also nicht so besonders selten. Alter. Alter. Ich habe das gar nicht gesehen. Was ist denn da schon wieder los? Kleiner Voice Crack schon wieder. 796 Tage. 1129 Tage. 1300 Tage. Oh. Mein. Gott. Okay. Recon Expert. Ja. War mal sehr, sehr selten. Ist nicht mehr selten. Skippen wir. Die hier. Astra. Sehr, sehr nister Skin. Aber da ich schon ein Gefühl, 10 Galaxy Skins habe, brauche ich den hier nicht mehr. Spitzhacke. Sehr strong die Spitzhacke. Kuki. Hm. Ist in Ordnung. Was haben wir hier? Das reagiert wahrscheinlich auf Musik oder sonstiges. Ja genau, auf viel Musik. Coole Lackierung. Windig. Es ist, es ist sau selten gewesen. Und ich muss mir das kaufen. Weil das ist so ein lustiges Emote. Es ist so lustig. Und sau selten. Sau selten. So. Kommen wir mal dazu, was selten ist. Alles, was selten ist, ist heute tatsächlich im täglichen Bereich. Das hier ist das seltenste vom Shop. 1.300 Tage nicht im Shop da gewesen. Das ist schon wieder RIP für OGs. Mies für OGs. Ähm. Lackierung. 796 Tage. Emote. 1.129 Tage. Das ist schon echt heftig. Also Epic Games, die hauen jeden Tag wirklich mega, mega seltene Dinge in den Shop. Finde ich irgendwie krass. Gerne, gerne mal kommentieren, wie ihr das Ganze findet. Ansonsten hatte ich auch noch gestern ein paar Videos hochgeladen. Ich blende euch das Ganze mal hier ein. Neue Neymar Skins. Ein paar V-Bucks, die ich bekommen habe. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Einfach auf die Videos gehen und schaut euch das an. Kuss geht raus. Ansonsten im Shop gerne, gerne mein CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus. Und nein, ich strecke nicht auf 8 Minuten. Weil einige das behaupten.